Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution 2 Video. Und dieses kurze Video betrifft nochmal den Brachiosaurus, von dem wir heute schon das Spezies-Profile bzw. diesen Field Guide gesehen haben. Denn mit diesem kurzen Vorstellungsvideo wurde auch noch ein Forums-Post im Frontier-Forum veröffentlicht, den verlinke ich auch für euch unten in der Videobeschreibung. Und dort werden uns dann auch noch interessante Fakten und Neuerungen, welche den Brachiosaurus in JWE 2 betreffen, preisgegeben. Nämlich war es ja immer schon so, dass der Brachiosaurus ein totaler Besucherfavorit ist, wegen seiner ruhigen Art und seiner Friedlichkeit. Und genauso wird es natürlich auch weiterhin in JWE 2 sein. Man kann ihn alleine halten oder als Teil einer Gruppe. Außerdem versteht er sich natürlich auch wieder sehr gut mit vielen weiteren Pflanzenfressern. Und kommt dann auch in seinem Territorium mit anderen Kreaturen, wie zum Beispiel den Galimimus, Triceratops usw. ohne Probleme aus. Allerdings ist es trotzdem so, dass wenn dann mal jemand kommt in das Territorium, der ihn vielleicht nicht passt oder sie eventuell bedrohen könnte, dann werden sie definitiv auch den Konflikt suchen und ihr Territorium verteidigen. Aber alles in allem sind sie wirklich sehr friedlich und pflegeleicht, solange man ihnen das gibt, was sie auch brauchen. Sie können jetzt auch endlich direkt von Bäumen fressen und brauchen nicht mehr extra Futterspender, von denen sie ihre Nahrung halt bekommen, sondern können einfach zum Baum gehen und von dort das Laub runterpicken. Was für mich allerdings die interessanteste Neuigkeit von diesem Forumspost war, ist, dass man den Brachiosaurus von dem T-Rex fernhalten soll, weil dieser kann den Brachiosaurus jagen und verletzen. Und dann muss man ihn logischerweise medizinisch versorgen, ansonsten können sie natürlich ausbluten und sterben. Das ist natürlich eine sehr coole Neuerung, weil vorher war es ja so, dass lediglich der Indominus Rex eine Animation hatte und die Möglichkeit hatte, große Sauropoden wie den Brachiosaurus zu erlegen und zur Strecke zu bringen. Und ich persönlich habe mir gerade immer dieses Duell zwischen Tyrannosaurus Rex, dem König der Dinosaurier und dem Brachiosaurus, diesem friedlichen Riesen, ja, dieses Duell habe ich mir immer schon sehnlichst herbeigewünscht und jetzt werden wir es in JWE 2 endlich zu Gesicht bekommen. Außerdem gibt es noch die Info, dass alle Dinosaurier aus Jurassic World Evolution 2 neue Animationen bekommen und neue Verhaltensweisen an den Tag legen. Das wird dazu beitragen, dass die Dinosaurier noch mehr zum Leben erweckt werden und noch viel realistischer wirken als schon im ersten Teil. Zudem kommen dann natürlich auch noch die ganzen neuen Möglichkeiten, was die kosmetischen Optionen der Dinosaurier angeht. Das heißt, wir werden viel mehr Mustervielfalt haben und viel mehr Farbgebung, was dann natürlich die einzelnen Dinosaurier auch noch, ja, besonderer macht. Und das soll es auch schon mit diesem kurzen Infovideo gewesen sein. Ich finde, wir haben hier wirklich tolle neue Informationen über den Brachio bekommen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dany.